Sensation bei GZSZ Sascha ist wieder da Wenige Wochen nach seinem Abschied feiert der Ex-Freund von Emily sein Comeback. Diese Rückkehr kommt überraschend. Sascha, Daniel Noah, ist wieder bei GZSZ zu sehen. Der ehemalige Polizist und Ex-Freund von Emily, Anne Menden, wird im Paris-Special TV-Ausstrahlung, 23. November, in die Soap zurückkehren. Warum er Berlin einst verlassen hat, erfahrt ihr hier. Emily trifft in Paris auf Sascha. Sascha erfährt durch einen Flyer, dass Emily mit ihrer Flederback-Kollektion Teil einer Modenschau in Paris ist. Dort treffen sich kurz ihre Blicke, während Emily über den Laufsteg geht. Kurz darauf macht sie Sascha in seiner Unterkunft ausfindig. Trotz der Umstände verbringen sie eine Nacht zusammen und alles fühlt sich an wie früher. Plötzlich wird Sascha durch einen Anruf aus dem Schlaf gerissen, verrät Daniel Noah im RTL-Interview. Es geht um Leben und Tod. Fans dürfen sich auf eine dramatische Story rund um Sascha und Emily freuen. Sascha macht in Paris den Auftragskiller seines Ziehvaters ausfindig, welcher verhaftet und kurzerhand auch wieder freigelassen wird. Sascha ist fassungslos und entscheidet sich, den Auftragskiller selbst zur Strecke zu bringen, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Ein Kampf um Leben und Tod, verspricht der Schauspieler. Das GZSZ-Special aus Paris ist bereits am 16. November auf RTL plus Sternchen abrufbar.